hola was geht was geht was geht neues video 40 applaus bin gespannt ich hoffe dass ich den namen richtig ausspricht mit namen habe ich es ja nicht so weiß man ja 40 ich hoffe dass ihr das video richtig ausspricht habe ich paar songs von gehört weißer rauch heimkommen und noch ein paar mehr mir fallen die namen jetzt aber alle nicht ein finde ich ist ein geiler künstler mit einer geilen stimme der für mich auch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr reichweite kriegen könnte hat einen neuen song rausgehauen produziert produziert bei checker ok bin gespannt also ich habe nur so diese weiße rauch vibes von ihm die 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 mich dazu bringen dass ich den typen eigentlich feier ich bin mich gespannt ob er jetzt was anderes raus und wie wir zum beispiel jetzt bei apache gesehen haben so erst so die ganze zeit diese party musik dann zwischendurch emotionale sachen oder ob fort jetzt sich koi bleibt ich bin gespannt bin sehr gespannt er ist auch einfach er ist auch einfach einzigartig ne also sind die meisten ja jetzt ein apache der mit seiner sonnenbrille sein indianer hahn das war immer ganz dumm fort hier mit seinen mit seiner brille mit seinen kurzen blonden haaren aber finde ich schon geil dass du wirklich so ein markenzeichen schon hast wenn du den siehst ich liebe ich liebe die stimme die ist so gut die ist so geil die flaschen als wer sie nix weh ich glaub ich bin krank trink die hälfte nicht aus nein ich hab aus dem schmerz nix gelernt doch irgendwann endet der applaus heute bin ich nicht mehr weit entfernt von dem was ich kann aber selber nicht braun und schon wieder zerrt bricht dein herz lass dich mit meinen gefühlen allein zu boh also mach ich ja sonst nie aber ich feier ja die sachen die der anhat ne pulli 10 von 10 die hose geil außer wenn das so ein lederstoff ist also wirklich leder aber sieht sieht geil aus hey ich hätte andere schuhe angezogen aber geil hoho der man der hat so einen mode geschmack alter leckos mio der man der kann mich mal einkleiden real talk ey geil geil alter ich fände es immer wieder geil dass da so wenn da real talk in 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 songs sind ne einfach dieses tausend fehler gemacht doch das ist menschlich ist menschlich let's go weiter gehts weiter gehts so geil ich liebe diese stimme mit diesem beat boh leckos mio das ist was wir waren heute bist du nicht hier sag wer weiß schon wie lang es alles geht und wohin es noch führt sieht zwar nice aus doch du kannst nicht alles sehen es ist nichts mehr wie früher öffne die flaschen als wär sie nix weh ich glaub ich bin krank trink die hälfte nicht aus nein ich hab aus dem schmerz nix gelernt doch irgendwann endet der applaus heute bin ich nicht mehr weit und fern von dem was ich will aber selber ich brauch und schon wieder zer bricht dein herz lass dich mit meinen gefühlen allein zu geil das ding richtig schöner song von den lyrics her aber auch diese ich liebe es einfach dieses wenn du mitnicken kannst diese melodien also seht ihr der beat und dann seine stimme dazu seine stimmenfarbe sag wer weiß schon wie lang es alles geht und wohin es noch führt äh sieht zwar nice aus doch du kannst nicht alles sehen es ist nichts mehr wie früher worauf wartest du ich weiß nicht mal wonach ich such das alles tut mir gar nicht gut doch mach es bis zum letzten Atem öffne die flaschen als fern ist mal was anderes ne dieses langgezogene ich weiß nicht ob ich das jetzt geil finde oder nicht aber das schon ich glaub ich bin krank trink die hälfte nicht aus nein ich hab aus dem schmerz nix gelernt doch irgendwann endet all der bloß heute bin ich nicht mehr weit entfernt von dem was ich will aber selber ich brauch und schon wieder zer bricht dein herz lass dich mit meinen gefühlen allein zu so ein schöner beat so ein schönes lied geil eben selber einen Reim hoch gemacht aber geil 10 von 10 ey geil nichts anderes zu sagen sag ja oh nice album 25 sat dritter na ok das dauert ja noch ein bisschen aber ich glaube das werde ich mir sowas von geben was aber geil wird auch geil alleine wegen solchen songs einfach weil er weil er es hinkriegt dass du Kopfnicks emotional oder schöne songs zu machen von der lyrics her aber so eine schöne Stimme hat und alles feiere ich ab hart denke er feiere ich ab hart deswegen da bin ich noch gespannt was uns da noch erwartet gerade wenn das neue Album rauskommt was natürlich jetzt nur vier Monate dauert aber vier ja drei und noch ein bisschen das werden wir uns auf jeden fall paar Videos werden wir uns davon reinziehen und ich hoffe da seid ihr bei und damit bin ich raus Ciao Ciao